Mein Name ist Michael Schumacher und ihr seid hier in der Formel 1 und wir spielen noch eine weitere Runde Rocket League. Die Mucke dröhnt schön im Hintergrund, aber wir sind schon in der Warteschlange und da geht es auch schon los. Ich hoffe ihr verzeiht mir, wenn ich ein bisschen ins Mikrofon brülle, wenn ich das ein bisschen leiser pegele, dann wird meine Stimme zu leise. Aber wenn ich es zu laut mache, dann übersteuere das ein bisschen. Aber die dreimal, wo ich rumschreie, die werdet ihr schon überleben. Ne? So, weiter geht's. Campline, Campline. Wow, 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 was machst du denn da, Blauer? Welcher war das hier? Das war doch einer von mir, ich habe es noch genau gesehen. Und er flippt hoch und schießt ihn rein. Du musst ins orangene Tor, mein Freund. Und ins orangene Tor. Da fliegt eine dicke Hummel an meine Scheibe. Da, ins orangene Tor. Wunderbär. Guck mal, bam, schön mit dem Kopf da drauf. Ja, er wollte noch dahinter fahren, aber der war zu langsam. Hätte auch mit Nitro nicht mehr geschafft. Und los. Oh, die kommen alle drei. Oh, wer redet da? Da redet jemand. Oh, wow, 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 wow. Okay, so, aufpassen. Und nach rechts. Bin gegen die Bande. Ein schöner Befreiungsschlag. So, jetzt schieß in die Mitte. In die Mitte, ich steh frei. Ich steh frei, ich steh frei, ich steh frei. Komm in die Mitte. In die Mitte, Dude. Oh, was macht ihr? Oh, Mann. Ja, so muss man das ausnutzen. Ich mach das am liebsten, ey. Wenn der Ball dann so rüber geht, dann einfach rein, über den drüber und schaut ihn euch an. Für die Götter. Der hat eine coole Krone auf, der da vorne. Aber ich mag mein Warnlicht. Aber der bleibt stehen. Dann gucken wir mal. Und die crashen voll gegeneinander da. Ole, 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 ole. Komm. Mach mal hier was. Ah, nein, nein, nein. Der geht in die Mitte muss er. Andere Mitte. Ja, ja. Oh. Der hat ihn schön geklärt. Oh, da muss ich jetzt mal Gas geben. Oh. Nein, mach keine Scheiße. Oh. Was? Oh, Mann. Leute, Leute, Leute. Oh, der Einer ist gestorben. Sorry. Dona Kauenka. Ich fahre hier über die ganzen... Mist, Mist, Mist. Das war keine gute Idee. Oh. Oh. 2-2. Tom the Killer. Meine Güte. Ich kam noch nicht mehr dran. Na gut, wir sind alle auf einem Haufen. Dann machen wir doch mal eine Dreierattacke, oder? Boah, zieh mich ab. Oh, Mann. Ist da einer von uns? Nein. So, schön abfälschen. Oh, wow, 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 wow. Der ging daneben. Befreiungsschlag. So, die Wand hoch. Und springen. Scheiße. War nicht so gut, der Sprung. Ist das Polen? Klingt wie Polen ein bisschen. Oh, pass auf. Oh, Mann. Ich geh mal ins Tor, lieber. Oh, nein. Ich wollte doch ins Tor. Ich dachte, ich wusste nicht, wo ich war. Ich muss mir mal die Markierung auf dem Boden merken. Da bin ich. Da unten. Oh, Mann, ey. 3-2. Aber egal. Die Hälfte haben wir noch vor uns. Los geht's. Komm. Und nach links. Aufpassen. Geht der rein? Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Guck mal, mit Bande, ey. Aufgedotzt und reingerollt. Und los. Oh, der ist gefetzt. Was mach ich denn da? Oh, Mann. Ich bin so ein Vollidiot. Ich bin so ein Vollidiot. Das ist doch nicht wahr. Ach, der war auch dran. Oder hat der den erwischt? Ich hab's jetzt nicht gesehen. Aber ich glaube, ich hab den berührt. 2-5. Meine Güte. Der geht nicht rein. Und ne. Und umdrehen. Rückwärtsgang. Oh, Mann, ey. Das ist scheiße. Rückwärtsgang kann man keinen Boost benutzen. Ohne Nitro werde ich nie froh. Wo schießt du denn hin? Ja. So. 2 können wir... Also, wir haben noch fast 2 Minuten. 2 können wir eigentlich noch schaffen. Hat-Trick. Der ist schön geflogen da oben. Ich bleib hinten. Okay. Ich connecte Nitro. Was redest du denn da? Ja. Sehr schön. Eins kriegen wir noch. Anderthalb Minuten. Das ist auf jeden Fall zu schaffen. Es war aber ein Eigentor. Da komme ich und fliege daneben und der macht ihn dann rein. Sehr geil. Gutes Eigentor. 2. 1. Und los. Ich verstehe die leider nicht. Das wäre lustig, wenn ich die auch verstehen könnte. Falls jemand von euch Pole oder Tscheche oder so ist und das versteht, please tell me what they are saying. Oh, ja, ich hab nie wieder einen Mann. Jetzt, Mann, rein. Mach ihn rein. Leute. Der war doch gut. Ja, 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 ja. Ja. Arthur bestimmt heißt der. Ich denke jetzt einfach Arthur. Boah, richtig gut, ey. Richtig gut. Komplimente. Guter Schuss. Wuhu. Eine Minute. Oh, Mann. Wir haben mich doch nicht. Ich hab kein Nitro. Rein. Rein. Der ist schön. Ich liebe euch, Leute. Was gibt's denn rechts? Reaktion. Ah, okay. Eine Parade. Schieß ich zum Tor, nicht zum Tor. Ja, jetzt durch. Zieh durch. Zieh durch. Ja, ich hab noch einen weggehauen. Oh, das ist gut. Oh, Ragequid. Kampilein hat das Match verlassen. Ragequid. Und los. Den bleiben. Ne, der geht meilenweit daneben. Der geht. Oh, 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 oh. 8 zu 5. Wupp, wupp, wupp. Wupp, wupp, wupp. Mensch, ey. Leute. Ich bin hier richtig entzückt. Entzückt bin ich. Komm, jetzt geh ich mit nach vorne. Wow, 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 wow. Ich geh nach hinten. Wollen wir ein bisschen retro hier. So. Das nehmen wir noch mit. 10. 9. Und der macht ihn nicht. Scheiße. 4. 3. Oh, jetzt. Hätte ich jetzt mit Fallrücksther reingemacht. Hätte ich meinen Controller aufgegessen. Brunnhilde-Dachaufsatz. Gefällt mir. So. Ich bin auf jeden Fall für eine Revanche. Und ich bin bereit. Ich hab den ersten Platz gemacht. Das gefällt mir. 3 Tore. 3 Schüsse. Eine Rettung. Eine Vorlage. Ja, der hätte ein Tor mehr gemacht. Dafür hab ich eine Rettung mehr gemacht. Gut, 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 gut. Kann man da jetzt was schreiben? Wie komm ich denn da hoch? Äh, geil. Oh, man kann nicht geil schreiben. Gibt's hier etwa einen Filter? Äh, Moment. Was haben wir denn hier? Rückwärts fahren, L2, Boost, überspringen. Power Drift. Ach, es gibt sogar einen Power Drift. Rolle im Sprung. Auf Vier-Eck? Ich weiß gar nicht, was man auf Vier-Eck macht. Das hab ich ja noch nie gedrückt. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Ah. Und Power Drift. Einer fehlt noch. Da, 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 da. Vielleicht platzt mein Motor. Man kann sogar fluchen. Ah, es geht los. Jetzt muss ich mal den Power Drift ausprobieren. Ah, okay. Man kann schön drehen damit. Das hab ich ja noch nie gesehen. Das öffnet mir ja ganz neue Möglichkeiten. Oh. Die Stage ist mir ein bisschen zu dunkel irgendwie. Ich mag lieber schöne, helle Stages. Oh, ich mach ihn rein. Dark Solid. Nein, Dark Sonic hat ihn reingemacht. Oh Mann. Das fängt ja schon wieder gut an, ey. Eins. Ah, und so kann man sich dann drehen. Das ist ja cool. Aha. Na gut, wenn man zweimal springt, kann man sich auch drehen. Ey. Oh. Irgendwer hat das Match verlassen. Oh Mann. 2-4. Äh, 2-0. Ich hab auf die falsche 4 geguckt. Übel. Übel, sag ich da nur. 2-1. Oh, der ist gefetzt. Gefetzt. Du musst nach da schießen. Nicht zum Tor. Da können die doch locker einen rein machen. Leute. Uh, wow, wow. Zurück. Ah. Wom rammt mich denn mein eigener Mann? So macht man das. Andere Richtung. Oh, danke. Runter, runter. Aufpassen. Wer geht gegen die Bande. So macht man das. Woo. So. Anschlusstreffer. Alles klar. Können wir locker noch schaffen. Locker. Müssen uns nur ein bisschen anstrengen. Der Ball kommt. Gut geflogen. Oh, schade. Erstmal Nitro holen. Und jetzt nach oben. Wolli-Treffer. Der kriegt ihn. Andere Richtung. Ah, wo schießen die mal hin, ey? Ja. Junge. 2-2. Geht doch. Ah, der Blaue hat ihn noch berührt. Es geht doch. 2-2. Drei Minuten noch Zeit. Uh. Und direkt umdrehen. Aufpassen. Nitro. Nitro. Befreiungsschlag. Wow. Aufpassen, Leute. Oh Mann, ich kann mich nicht drehen. Nein, der geht Pfosten. Oh. Der Blaue. Ich glaube, der wäre trotzdem nicht reingegangen. Aber trotzdem, der Blaue. Oh, der Blaue. So, erst mal 100 Nitro. Ich bin am Start. Und jetzt nach vorne, nach vorne, nach vorne. Ich fahre in die Mitte. Oh, daneben. Ja. Ah, der mag B. Adema Great Britain wahrscheinlich. Ah, der mag B. Ja, Adema Great Britain. Super Tor. Super Tor. Ich bleib hinten. Ich nehm meine Torwartposition ein. Und der Blaue schießt. Oh. Befreiungsschlag. Und jetzt nach vorne. Oh, daneben. Manchmal geht alles so schnell. Okay, 100 Boost. Oh Mann. Oh. Ach so. Wir sind ja orange. Ich wollte gerade sagen, wo schießt der hin? Runter. Und nach vorne. Oh. Da schubst der mich. Ich hab Joghurt im Rucksack. Oh, ich krieg kein... Beim Falschrum fahren krieg ich keinen Fallrückzieher hin. Muss er hinten drücken. Okay. Okay. Joghurt im Rucksack. Abstauber, Abstauber, Abstauber. Aber der Blaue war auch hinterher. Ich glaub, die hätten aber auch reingemacht. Den hätte er nicht mehr da wegbekommen. Zumindest nicht aus diesem Winkel. Was mach ich denn da? Dreh dich doch um. Ganz ruhig. Hab den Ball im Auge. Oh. 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 Nein. Oh. Gott sei Dank. Der Blaue hat ihn selber verhindert. Bisschen Nitro. Okay. Oh. Gut. Gut. Weg mit dem. Oh. 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 Der geht. Eigentor. Fünf zu zwei. Richtig gut. Uh. Boom. Geilo, geilo, geilo. Geilo. Und los. Oh. Ich hab falsch. Ich wollte erst bremsen. Hab ich gesehen, dass er mir genau hinterher rollt. Ah. Oh. Mach rein. Schade. Das war's. Dann fahren wir nochmal eine Runde ins Tor. Und flippen over. Und dann driften wir noch. Geiles Match. Ja. Das war's ja schon wieder. Aufkleber. Venom-Punkte. Komm, die schauen wir uns noch an. Ich hab wieder den ersten Platz belegt. Freut mich doch. Äh. Garage. Warum kann ich auf den keinen Venom-Punkte-Aufkleber machen? Lege diesen Gegenstand an, um deine Rettungen zu zählen. Lege diesen Gegenstand an, um deine Rettungen zu zählen. Warum soll ich meine Rettungen zu zählen? Lege diesen Gegenstand an, um deine Rettungen zu zählen. Ah, okay. Ich fahre in der Distanz. Ah, guck mal. Das Daten-Ding ist am coolsten. Oh, sonst ist hier nix cooles. Aber wieso? Ich hab doch grad was freigespielt. Hm. Naja, gut. Dann war's das für diese Folge. Lasst Feedback in die Kommentare, was ihr sehen möchtet. Find ich ganz cool. Und das nächste Level erreichen wir ja gleich sogar schon. Ja. Dann schalt in der nächsten Folge wieder rein. Danke fürs Zuschauen. Und stay bam! Anzug. Bitte markiere meine Feinde. Denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete. Schick den Kommentar. Denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch. Drück in dem ein Highscore. Kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobe.